kommt es hier hin oder nee ich mache zwei lagerhäuser 1 4 kurz dann können wir das hier dran sitzen das passt ach ich habe doch keine ja ich brauche dafür ziegel so es kommt was interessantes da kann ich häuser im bau und ja ein paar wöner kennen so nicht so weit so eine neue insel deckt oh ja hier gibt es hopfen das wird die will ich auf jeden fall haben paprika habe ich schon auf meiner eigenen insel hier gibt es auch kohle menge hopfen und kohle gibt es hier hier gibt es kohle und eisen das könnte die industrie aber sie ist auch hier wo man das wird interessant ich muss schneller bauen so sie haben ein neues zwischenziel das freut mich ich habe einen hafen kirche ich brauche 25 ziegel für die kirche aber wir werden die hier schon mal ich bin ein bescheidener diener ihrer majestät der in heiklen angelegenheiten wie dieser zu rate gezogen wird ja natürlich ist nun mein schiff ist fahr mal direkt hier hin mein schifflein deswegen nur für den fall dass sie selbiges zu hoffen wagen ja so ich habe wie viel eisen habe ich zwei habe ich noch da kann ich mir die insel schnallen hier mit hopfen ja am liebsten nicht auf der seite das haben das sieht aber schlecht aus doch moment nee kann gucke ich hier mal rüber ja das kommt hin da ist meine ja ja dann kann ich hier hin bauen mhm 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 handel minus 1600 kann ich mir locker leisten nehme ich die auch noch mit handel königliche anerkennung ist gewiss dann werden wir hierhin wird zurückfahren bitte melden wenn du wieder da bist das schöne ist ich kann hier ich weiß dass sie daher kommen noch bald schiffe von ihr und man ich muss sich auf jeden fall auf gefechte einstellen so habe ich jetzt genügend nein mir fehlt noch einer so wenn ich ich lasse die dinge hier auf meine ganz eigene art laufen okay wo ach da ist sie ja sie ist mehr weiter im text wo sind wir denn hier stehen geblieben wir können jetzt geworden wunderbar produktion fisch haben wir noch genug holz schnaps produzieren wie genug benötigen mehr arbeitskleidung ok wurst produzieren jetzt bald auch brot brauchen wir auf der insel habe ich getreide so ich habe genügend holz ich kann die brücke bauen brauche ich die hierhin ja ich baue sie hierhin und so ich weiß dass es so weit weg ist für den marktplatz und so aber die sind einfach nur ein paar bauern habe oh du gbb mal gucken ob das hinhaut ja wunderbar wir wollen kein ärger drückt mir sechs bauern und ach du blumen dollar ich glaube ich baue noch ein fischerei würde ich sagen ist das gewitter oder ja es gewitter so beziehung verkümmert die beziehung zu einer hausings aufstandswahrscheinlichkeit glücklich und licht aufstandswahrscheinlich am minus 50 prozent neue gesellschaft für zu veröffentlichen ja weiß ich so was brauchen wir arbeiter 100 300 die kirche ist mein schiff noch nicht angekommen nein wir brauchen einen hafen schiegel schiff werft die bauen wir aber auf der seite so dann haben wir das schon mal dann brauchen wir die kirche im moment kirche bauen wir hier mit ich wollte hier hier die stadt wird erstmal kurz mein schiff ist angekommen die kirche bauen wir hier hin so ja bereit für neue befehle ausladen so und das holz laden wir nicht aus neue befehle ja hier hin so das ist für mein hopfen jetzt kann ich die kirche bauen jetzt kann ich die kirche bauen und die baue ich auch gleich mit kann ich ja erhöhen oh getreide wir brauchen brot nein wir haben keine andere du kommst hier hin ne mensch für wolle habe ich keinen stempel sehe ich gerade aber ich könnte eigentlich eine hier dran bauen das machen wir auch und wir bauen hier direkt noch ein lager hin das passt da nicht rein schade segelwerk passt hier auch nicht rein das bauen wir auch hier unten hin ein konkurrent hat eine siedlung errichtet ok wo aber erstmal mache ich hier eine langsam mit den jungen pferden oder ihre schädel liegen eines tages in deinem bettchen da ok wir haben unser hopfen das ist schon mal gut da bauen wir nochmal sofort kleine insel kleines hier wird holz gebaut dann baue ich hier das dorf das wird jetzt dann so einfach mal eingeteilt so random ja ne nur bis hier 1 2 3 9 4 12 ähm wie jetzt aus ich habe keinen markt vielleicht sind sie der drache unter den sterblichen nein vielleicht unseren sterblichen ich schwebe wie auf folgen ok das freut mich für dich ich brauche hier einen markt den bauen wir hier hin ups das war falsch was mache ich denn da ja so ähm hier bauen wir ein bisschen anders andere insel andere bauweise da kommt da noch was grünes rein äh ein brunnen und ein bisschen wiese äppelbäume und ein bisschen gebüsch ja sag mal genügend leute ich habe nicht mehr genug holz für ähm dings lagerhaus deswegen müssen wir mal gucken eins kommt hier hin so und du kommst direkt hier dran und dann könnte ich erstmal hier was tun dann machen wir hier erstmal weiter dann machen wir hier erstmal weiter mein schiff na fährt zurück hier hoch er holt den nächsten eisen dann muss ich nur gucken welche insel ich nehme war vorhin schon die ersten schiffe von ihr rum äh was rohkring verzierte klippe ah der konkurrent hat eine siedlung errichtet wo da oben ok hier gibt es wein wein habe ich noch nicht ne wein 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 pelz und hopfen peter paprika da muss ich die als nächstes mich schnappen wegen dem wein und zweitens gibt es hier gut ok das finde ich ja gut dass ich wollte ich sie so gehen eine zwei fliegen mit einer klappe geschlagen muss so sagen bimmel bimmel wenn du angekommen bist so jetzt gucken wir erstmal hier weiter ich muss erstmal hier gucken dass wir die nächste stufe erreichen so wir wollten schnapps haben wir dann haben wir metzger ton produzieren wir jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir jetzt haus habe ich auch wir brauchen noch ein paar kriegen momentan nicht warum nicht dass du nicht wunderschöne Arbeitskleidung fehlt uns arbeitskleidung das heißt wir haben jetzt so wenig lager wie baue ich das denn mal so machen das mal so hier kommt ein lager direkt dran was dann brauche ich nicht drehen und dann kopieren wir das mal hier und setzen dann einfach daran und dann müsste das klappen so du kommst hier direkt ins lager oder kommst du hierhin wir setzen dich hierhin bisschen durcheinander ich weiß aber momentan interessiert mich das nicht weil wir müssen erst mal auf 252 arbeiter kommen und wir brauchen mehr geld 43 brauchen wir nur gut arbeitskleidung ist in produktion 43 brauchen war wunderbar wurst haben sie frohe kunde ja das kaiserhaus überbringt seinen dank wunderbar ich muss plus machen wartung ja wir holen uns das eisen und das holz und den lehm mal gucken was die von uns wollen spannen sie die hosenträger und abmarsch schiffsbrüchiger ok dann kann man erst hierhin fahren liefern die ware ab holz man sind die schiffsbrüchigen man können wir auch die insel hier befinden kann ich auch von aller seite ja das würde mir besser gefallen von der seite da habe ich noch ein paar minuten zeit mit schiffbrüchigen so nein das updaten wir noch nicht doch sollten wir vielleicht nehmen aber nicht ich mache wieder ja plus das gefällt mir wie gespeichert schön und muss ein schluck trinken und stehen geblieben schnapps aber genug arbeitskleidung produzieren wir jetzt auch genug was wollen die denn noch haben hier dass sie aufsteigen was brauche ich denn 97 prozent gute frage warum ist hier ein weg kein weg zwischen depot ich mache nur 99 das das mal sei dass man mit dem depot ich brauche noch feuerwehr und hier oben noch hin ja das gefällt mir doch hier und schauen wir mal jawoll ich kann stahlträger produzieren und seife da fangen wir mal mit an eisenmine ich kann eine eisenmine bauen ich brauche aber erstmal kohle sie los fortsetzen schweinezucht mit silo wo ist meine zweine zucht da machen wir schon mal in die ecke brauche ich ein bauer rein hmmm mir fehlt ein holz aber das gefällt mir auf der seite kommt das lagerhaus so wir kümmern uns hier um alles ja wir machen das mal so dann war das getreide schon mal hierfür so was wollt ihr bevor ich davon einen trinken gehen holen sie geschenkeinwohner ab wir liegen ihnen wirklich am herzen oder stahläugier stahlschmied interessant ok so dann kannst du wo ist denn da ist sie genau gegenüber genau hier wollen wir hin ja denn wein kupfer und zink vorkommen haben wir ja auch das habe ich hier noch nicht hier habe ich nur kupfer hier habe ich kupfer zement habe ich auch noch nicht ne doch zement habe ich nur vier drei inseln weintrauben gibt es hier irgendwas was ich nicht habe ja ja bessere inseln sind dann manche schon aber wir nehmen was wir kriegen können so mhm sollst du bimmeln wenn du angekommen bist bitte jetzt sollten wir mal gucken dass wir ähm baue ich denn jetzt schon mal ein segeltuch ja eine inspektion ne 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 na doch mhm ähm kanonenboot wann kann ich dich bauen ich benötige einen handwerker um all diese misthaufen hätte ich einen weiten bogen gemacht ja du schon ich nicht und den auch schiffbrüche das habe ich auch gut gemacht wunderbar das heißt dass ich meinen so so oh ja da machen wir eine ganz lange straße rein so in der mitte bis zum felsen das sieht gut aus dann baue ich hier wald das heißt das heißt ne moment so sie blühe auf ja ich bemühe mich Oh man, hier kann ich ja mal ein großes Ding hinbauen Moment mal kurz, das ist interessant Das mache ich Von dieser Kante hier an gehe ich runter Und Das war noch nicht geplant Oh So Das war nicht so gewollt Ich weiß auch gar nicht, ob das so klappt, wie ich denke Ich weiß gar nicht, wie ich habe da So Zählen wir mal Eins Zwei Eins, zwei, drei Vier Eins, zwei, drei, vier Ah, ist eine ungare Zahl, schade Klappt nicht so ganz, wie ich gedacht habe Okay Marktplatz Äh, passt da nicht rein Machen wir denn mal So ungefähr Ja, das ist ungefähr mittig Ne, so ist mittiger Machen wir halt mal so Und dann schauen wir mal Das gefällt mir Ich bastel mir ein zusammen So So Feuerwehr kommt hierhin Und drehen wir mal Und drehen wir mal